Hallo, grüß euch. Danke für die netten Geburtstagsgrüße. Ich bin heuer wie immer 28 geworden. Und was ich euch diesmal zeigen wollte, ist folgendes Geburtstagsgeschenk, nämlich diese Brille. Hinter dieser Brille verschwindet meine Augenbrauen. Da denkt man sich, der schaut aber komisch aus, der hat gar keine Augenbrauen. Und dann so als Überraschung macht man einfach... und das ist total überraschend. Ja, das ist der Vorteil von der Brille. Für die unter euch, die sich denken, das ist aber eine alte schiere Brille, die ist erst im Kommen. Ich bin meiner Zeit wie immer einmal voraus. Aber das werdet ihr dann sehen in ein paar Jahren. So lange, grüß euch. Bussi an die Mädels.